Hallihallöchen und Willkommen zurück bei Borderlands 2 im DLC und ja wir haben verdammt massive Probleme aktuell gerade hier Borderlands 2 aufzunehmen. Ja plus, dass ich kein richtiges Internet habe bei meinem Hundi. Also wir haben seit Samstag ein Bibi, ein Riesenbaby, aus dem neuen Kabel durchgefressen hat. Genau, die hat unsere sämtlichen Internetkabel, unsere LAN-Kabel durchgekaut. Durchgeknabbert, das heißt ich habe jetzt irgendwie so ein älteres LAN-Kabel mal eben auf die Schnelle verlegt, nicht der beste. Ja komm, du hast aber schneller als ich jetzt. Oh, das war unheimlich geistreich, dass ich da drauf geklickt habe. Genau und Faye hat aktuell gerade die Fritzbox, ne nicht Fritzbox, sondern den Fritz Repeater oben bei sich. Und das bei der jetzigen Lage. Weil ich kann nicht mal eben nach Medimax fahren und sagen, ich kaufe ein neues Kabel. Wir waren gerade überlegen so, ey da fährst du mal eben nach Medimax, da war ja was, Corona, Gedöns etc. Obwohl, ganz ehrlich, zuhause bleiben ist die beste Methode. Ja, ja sicher. Also ich muss arbeiten und wenn ich dieses Unverständnis jedes Mal sehe, kriege ich das Kotzen. Hier gibt es heiße Gefährte, schnapp dir eins. So, okay, geht so, catch your eyes. Es schützt sich irgendwie falsch an seine Sprüche so nachzueffen. Weißt du was, gib mir etwas Zeit und ich denke mir was Neues aus. Huch, ich will das catch your eyes. Ähm. We get's. Okay, das sieht aus, als wäre die Übertragung abgeschlossen. Probier's doch gleich mal aus. Wollt euch hier eine große schicke Kriegsmaschine, Leute. Catch a ride. Catch a ride. Catch a ride. Wollen wir mal um bestimmte Sorgen nehmen? Ich denke, wir haben bestimmt was Neues gekriegt. Nö. Okay. Dann? Ähm. Ich brauche mal. Mal sehen, was gut er sonst noch von dir wollte. Und zum Abschluss meines Ablebens, könnt ihr mir die letzte Ehre erweisen, indem ihr mir ein total ehrenhaftes Denkmal errichtet und dann einen Ultrakrankenbooster-Sprung darüber macht. Ich hab da an seiner letzten Ruhestätte schrägstrich Einschlagskrater sogar schon was vorbereitet. Wieso kommst du nicht dorthin und siehst es dir an? Wir sind ein paar Mädchen jetzt. Pfui, Lisa. Geh ab. Keine Kabel durchfressen, bitte. Nee, das wären die letzten. Äh, kannst hochkommen, wenn du soweit bist. Ja, äh, ich müsste gerade nur eben hin. So ein bisschen. Oh. Warte, ich bin falsch. Äh, ich wollte eigentlich da hinten, aber gut. Warte, ich wollte an der Seite los. Ich will schießen. Ich bin ja fasziniert, dass es doch alles noch so klappt. Ja. Sollten irgendwelche Abrisse kommen, sorry, warum ich jetzt Bildschirmaufnahme machen muss und warum die Bildschirmaufnahme dann per Tastendruck nicht startet, ich weiß es nicht. Oh. Au. Also, nee, das Schlimme wäre, hätte der Hundi hier was kosten müssen, wäre es meine Lampe oder mein Stromkabel? Nee, nicht wie sie schießen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Okay. Oder mein Stromkabel gewesen, das wäre auch scheiße, weil dann wäre gar nichts mehr. Plus gegrillter Hund. Ich habe schon an Dehydrierung krepiert, weil ihr meinetwegen so viel geheult habt. Aber keine Sorge, ich habe mein Leben genau so gelebt, wie ich es wollte. Selbst wenn, nein, gerade, wenn wir alle davon abgerannt haben. Oh, wo muss ich denn das hin? Ach, hoch. Ja. Hab ich mir gerade ausgedacht. Aber nicht, du kommst nicht mit dem Ding hoch. Nein, nein. Ich will meinen brillanten Geist nicht stoppen. Aber mir fehlt der Doppelsprung. Ja, ne? Oh. Und die Steuerung ist so sehr originell. Oh, krank. Warte. Ey. Was? Entschuldigung. Ich kann leider nicht stumm stellen. Was? Entscheide dich? Was? 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 Entscheide dich, das Denkmal zu befeuern. Entscheide dich, das Denkmal zu elektrisieren. Was machen wir? Feuer oder Elektrizität? Feuer! Feuer! Wie auch immer. Wie war denn noch mal Boost? F habe ich hier zu Boost. Ne, F war doch, äh, ähm. Ach ne, äh, wie war unser C? V? Ich weiß es nicht mehr. Also wenn du Wagen steckst, ich... Fährst du bitte? Oh, äh, Moment, sorry. Das war, äh, nicht gewollt. Ich fahre das so wahr. Lass uns tauschen! Ne, C ist, äh, tauschen. XY, was weiß ich. Das hast du gesagt? B, X, Y. Y, Y. Die Y ist auch nicht. X! Auch nicht. Oh, ich habe 계. Die Giesengranaten, warte mal, ich gucke mal eben Optionen, äh, Tassatur Maus, äh, Tasten zuweisen. Lisa, pfui, das ist mein Wettlacken. Hör auf jetzt. Sprung, Sprinten, Ziel, nächste Waffe laden. Granaten, benutze Fahrzeug, Objekt aufnehmen. E, Sekundäre benutzen E, aktivieren Skill, Fahrzeugboost, F. Ah doch, F. Fahrzeugboost, F. Warum ging der denn da gerade nicht? Okay. Okay, Faye. Okay, Faye. Hast recht gehabt, F. Fahrrecht doch. Jetzt müssen wir wohin? Wir zurück. Zurück kommen wir nicht mehr, oder? Ne, das tun wir nicht hin. Ups. Danke. Ist dir schlecht geworden? Links nach B. Ach so, E drücken. Jetzt habe ich wieder F gedrückt. Ja, das ist gerade gut. Jetzt müssen wir wieder zu der nach oben latschen. Herausforderung, abgeschlossen. Aua. Kannst du aufhören, wieder auf den Kopf zu springen? Auf den Kopf. Ich rede mal mit der. Aua. Gib Scooter im ordentlich letzten Grund. Sketchurize, abgeschlossen. Heiliger Scheiß am Stil. Das war abgefahren. Scooter wäre so glücklich, wenn er diese Van-Ässerigkeit hätte sehen können. Du hast deinen Wunsch erfüllt. Klar. Das kann ich. Ich weiß, dass nicht jeder mit Scooter klarkam, aber er war ein guter Kerl. Und sowas ist auf Pandora extrem selten. Nicht Kabelkauen. Das ist guter viel bedeutet, dass du all diese Dinge für ihn getan hast. Mir bedeutet es viel. Danke, Kammerjäger. Und nun, zu meinen allerletzten, abschließendsten Worten. Ich möchte nur sagen, danke. Ich wollte immer ein Kammerjäger werden, hatte aber nie das Zeug dazu. Ihr habt mich in eure Familie aufgenommen. Und da wir jetzt alle eine Familie sind, müsst ihr auf meine Mädchen Allie und Moxie aufpassen. Okay. Und was mich angeht, ich muss in den Himmel düsen. Dann düst doch mal, aber schneller. Ich gebe dir einen ganzen Sitze, aber du wirst bei Aufregung kaum weh sitzen können. So, wir haben eine Aufgabe zu erledigen für ihn. Schlagend gegen den Geheimen. Sitzt du. Du sitzt. Weil ich jetzt weiß. Geheimnis. 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 Aua. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Geheimnis. 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 Ah ja, genau. So steuerte man ja. Geheimnis. 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 Ich schließe. Ja, ich auch. Moin. Das Deal-C for Borderlands 3 kommt am 26. Morgen also nächste Woche. Nein, wollte ich nicht. Muss meine andere Knarre. Ich wollte die Knarre nicht. Moment, ich muss meine Knarre wieder auswählen. Ja, mach mal. Ein echt schräges Pärchen. Grundverschiedene Typen in einem klaustrophobischen Bunker. Was kann da schon schief gehen? Oh mein Gott. Mach an. Nimm an. Ja, ich mach mal Enter. Was willst du? Hey, das ist mein Spruch. Geh von der Tür weg. Ah, ich dachte, ich würde mit diesem Typen klarkommen, aber... Hey, was glaubst du, was du da machst? Was willst du? Was willst du? Denn von mir kriegst du nichts. Jetzt gib Ruhe. Psst. Kammerjäger, ich habe einen Platz in Earls Bunker, Agatha. Weil ich nicht mit ihrem Gas rumspiele, dass Leute in Pflanzenmonster verwandeln. Aber bei ihnen gibt's nichts zu beißen. Du wirst mir helfen. Such mir was zu essen. Dann belohne ich dich auch. Würst dich. Glaube ich nicht. Finden Namen für Markus. Wo gibt's denn Essen? Dahinten? Sehr wahnsinnig. Ja, wir laufen, aber komm. Ja, okay. Ja, ich... Wir wollen ja ein bisschen spielen, oder? Oh ja, guck mal. Ich glaub, wir können gleich kämpfen. Ich bin voll geworzen. Ah ja, du slaggst dir. Ja, natürlich. Wenn ich die treffe, aber ich muss nachladen. Ich hab dich da drinnen. Okay, naja. Du wirst mich mal ein bisschen mit. Ja. Ne, 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 ne. Ja. Hunde sind ja was Tolles. Außer wenn sie die Kabel fressen. Gibt es nur Erzieherungen? Ja, ne? Sieht so aus, wa? Ich würde fast beteuern, ja. Hunde sind was Tolles. Ich bin ein bisschen besperrt. So, scheiße. Ja, dann muss man ein bisschen rausgehen. Oh, ich hab keine Munition mehr. Oh, shit. Ich werde hier voll gekotzt. Wo bist du? Oh, scheiße. Ich bin voll. Ich sehe hier nix. Das ist ein Pflanzen-Mutant. Wo ist meine Waffe? Da. Oh. Das ist so ein Pflanzen-Mutant. Shit. Dann Property-Mutant. Ich bin ein Pflanzen-Mutant. Nee, das ist ein Psycho. Pflanzen-Psycho. Ekelhaft. Kannst du doch noch töten? Ah, du bist wieder da. Ja, weil ich den Pflanzen-Typ getötet hab. So, hier. Ist das? Achso, vielleicht geh ich besser hier rein. Auch nicht lang. gleich wir haben die etwa ich bin schon wieder totes gibt es nicht ich bin schon wieder toll das gibt alles vorher verkaufen sollen damit zu tun die schieße weiter ich habe auch keine munition mehr aber ich jetzt erwarte schön wetter oder was weiß ich wiederholen ich bin tot ja ohne munition kann ich den schlechtesten selber heal das gibt es doch nicht ich bin schon wieder da ja schön wo ich denn jetzt hin ja bist du wieder da ich bin jetzt wieder tot aber ich bin gleich wieder da wahrscheinlich ich bin schon wieder da ich hab die p ja weil ich getötet habe genau wie ich dauern wir sind der war tot wo die mhm der ist immer doof ja ich bin wieder da hier ist ein festgegenstand 1 von 15 ah die lassen festgegenstände fallen wo ist es ein badass ja ich leck den die ganze zeit zack getötet warte ich sammle mal das essen oder was das da ist ein ne jetzt auch nicht war der sonst noch alter ich hab ich hab gut gekämpft ich bin immer wieder gekommen ach hier kann man ja gar nicht rutschen ich wollte gerade durchrutschen da mussten irgendwo noch viel zu sein er ist da und quasi ja vier doch oben wir müssen hier durch, glaube ich, oder? Irgendwo müssen wir durch. Aber guck mal, oben da durch. Los. Hier müssen wir und wohin? Oder wir müssen andersrum, also von der anderen Seite. Das ist nur gerade am Schießen. Oh nein! Oh nein!